Hallo und willkommen zu diesem neuen Infovideo. In der letzten Woche haben wir uns ja bereits mehr mit dem Thema Abzocke, Methoden und Zahlen, Daten, Fakten und so weiter beschäftigt, unterhalten. Heute setzen wir hier wieder an und fahren damit fort. Betrugsmaschen in Deutschland. Abzocke, Welle am Telefon. Und da klingelt das Telefon auch schon. So erkennt ihr Trickbetrüger. Neben der Corona-Pandemie bereitet sich laut den Kriminalämtern der Bundesländer auch eine Betrugsseuche in Deutschland aus. Trotz Aufklärungsarbeit fallen immer wieder Menschen auf die Abzockfallen hinein. Worauf muss man achten? Dazu kommen wir heute so nach und nach in diesem Video. Manchmal ruft ein angeblicher Enkel an, mal ein Staatsanwalt oder vielleicht auch der Arzt. Ihr Ziel? Das Geld der Angerufenen. Trotz vieler Aufklärungsarbeit fallen immer wieder ältere Menschen auf diese Maschen rein. Warum ist das eigentlich so? Und wie kann man sich davor schützen? Tja. Ich finde, laut den Berichten wird angeblich viel Aufklärungsarbeit geleistet. Ja, kann sein. An mir geht sie allerdings irgendwie vorbei. Und ich bin eigentlich jemand von denen, die man auch erreichen muss. Es geht ja schließlich nicht nur um die älteren Menschen. Also, wo ist die Aufklärungsarbeit? Es wird sie sicherlich geben. Aber wie es mit so vielen Sachen in Deutschland ist. Tja, es ist nicht genug Geld dafür da und so kann man auch nicht so viel dafür tun. Oder es liegt am Personal, dass man einfach nicht genug Personal für Aufklärungsarbeit hat. Ich finde, hier müsste Deutschland schon noch ein ganzes Stück Arbeit leisten. Ja, es gibt die Leute, die das noch nicht kennen. Es beginnt immer ganz harmlos. Das Telefon klingelt und der Anrufer meldet sich mit den Worten Rate mal, wer hier ist. Bei solch einem Gesprächsauftakt sollte bei dem Angerufenen die Alarmglocke sofort schrillen. Seid hier misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt, aber sich als jemand aus eurer Familie ausgibt. Es könnte sich um einen Enkeltrickbetrüger oder etwas Ähnliches halten. Hierzu gibt es auch einen Bericht, der durch die Presseabteilung des Landeskriminalamtes veröffentlicht wurde. Immer wieder fallen ältere Menschen auf diesen Trick herein. Bei dem sich die Anrufer als Verwandte, aber auch als Polizisten oder Bankmitarbeiter oder Notare ausgeben. Sie gaukeln dem Angerufenen vor, ein Verwandter bräuchte dringend Geld für den Kauf einer Wohnung oder für ein neues Auto oder zur Regulierung von irgendeinem Unfallschaden, wo es schnell gehen muss. Ja, aber ihr könnt euch denken, wer da an der anderen Seite das Telefon sitzt. Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn jemand euch anruft, dann seinen eigenen Namen nicht weiß, aber Geld braucht und eure Rufnummer kennt, warum stellt er sich nicht vor? Wichtig ist, wenn man sich nicht sicher ist am Telefon, stellt Fragen, die nur diese Person wissen kann. Und vor allem unterhaltet euch mit euren Mitmenschen über diese Masche. Denn nur so können die Leute darüber auch aufgeklärt sein und sind grundsätzlich erstmal misstrauisch am Telefon. Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber vielleicht macht man auch einfach ein Passwort mit der Familie aus, das man immer am Anfang nennt, wenn man jemanden anruft. Aus der Familie. Könnt nur ihr kennen und niemand anders sonst. Ja, und dann gibt's da noch die Corona-Anrufe. Betrüger geben sich am Telefon als Ärzte oder vielleicht auch als Impfmitarbeiter aus. Seit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 geben sich die Anrufe oft auch als Klinikmitarbeiter aus und behaupten, ein Angehöriger sei schwer an Corona erkrankt und benötigt ein teures Medikament aus dem Ausland. Allein in Sachsen wurde nach LKA-Angaben 2020 79 solcher Corona-Schockanrufe registriert. Insgesamt wurde in Sachsen 1078-mal eine Straftat am Telefon in diese Richtung begangen. Gegen ältere Menschen wurden diese Zahlen erfasst. Das heißt, man spricht hier in diesem Bericht explizit von älteren Menschen, die von überregional agierenden Tätern oder Tätergruppen im häuslichen Umfeld begangen wurden. Kommen wir aber nochmal zum Enkeltrick. Tja, der Enkeltrick ist tatsächlich eine deutsche Erfindung mit internationaler Tragweite und Verbindung. Als Erfinder dieser Betrugsmasche, die Ende der 90er Jahre erstmals registriert wurde, gilt, ich kann es nicht richtig lesen, Arkadius, denke ich mal, Hoss und dann Lakossos. Tja, sagte zumindest der Herr Thiel in einem Pressebericht. Das heißt, der Enkeltrick selbst, der stammt gar nicht so wirklich aus Deutschland, wurde allerdings das erste Mal in Deutschland praktiziert. Ja, der hier genannte Name, den ich nicht so richtig aussprechen kann, Arkadius, keine Ahnung, lauter S und Z im Namen, ja, er hat hier eine logische Infrastruktur geschaffen, die den Enkeltrick seit den frühen 2000er Jahren zu einer wahren Seuche werden ließ. Ja, so ist das. Also den Enkeltrick, den kennen viele. Ja, aber warum funktioniert er dann immer noch? Ich erzähle euch ganz zum Schluss noch eine ähnliche Geschichte aus meiner eigenen Familie. Ja, und wieder so eine Schlagzeile. Betrug nimmt zu. LKAs melden steigende Fallzahlen. Auch das LKA, Schleswig-Holstein, berichtet von deutlich gestiegenen Fallzahlen. 2016 waren es noch 396 Fälle. Davon 377 verursachte Taten, die einen Gesamtschaden von knapp 407.000 Euro hatten. Hierzu äußerte sich der Pressesprecher Uwe Keller. 2020 waren es schon 1033 Fälle mit einem Gesamtschaden von etwa 944.000 Euro. Und in den ersten fünf Monaten, 2021, waren es bereits 368 Fälle. Tja, das heißt, die Fallzahlen, alleine mit dem Enkeltrick, steigen weiter und weiter an. Und wir werden das nicht mehr los. Allein in einem Jahr einen Schaden von einer Million Euro. Schon krass. Bundesweite Zahlen gibt es nicht. Also nochmal zur Wiederholung. Eine Million Euro, das war nur aus einem Bundesland. Also nicht, dass ihr denkt, das war in ganz Deutschland. Der Enkeltrick ist ja so kriminell, dass ihr könnt das eigentlich mal 16 Bundesländer rechnen. Also das sind auch alles oftmals kleinere Gruppen, die das Ganze vorbereiten. Und auch die Familie ausspähen, wann jemand zu Hause ist, also wann man einkaufen geht. Die beschaffen sich Details, die sie auch am Telefon nennen können. Natürlich keine ganz privaten Details. Deswegen fragt, wenn ihr nicht sicher seid, wer dran ist, nach Dingen, die nur ihr beide wissen könnt. Oder eben nur der engere Familienkreis. Ich habe auch eine Geschichte dazu im Internet gefunden. Und zwar Enkeltrickbetrüger ergaunerten Beerdigungsgeld von alter Dame. Der materielle Schaden ist oft hoch. So ergaunerten Enkeltrickbetrüger in Nordrhein-Westfalen 15.000 Euro von einer 82-jährigen alten Dame. Die glaubte, mit dem Geld ihrer Enkel beim Kauf einer Wohnung zu helfen. Tja, so schnell ist das Geld weg. Das Geld hatte die alte Dame eigentlich für ihre Beerdigung angespart. Im Landkreis Stade in Niedersachsen erhielt nach Polizeiangaben Anfang Juni mindestens 10 ältere Menschen Anrufe, in denen Summen von bis zu 30.000 Euro in bar für Medikamente für ein an Corona erkranktes Familienmitglied gefordert wurde. Die meisten Angerufenen beenden das Gespräch nach Polizeiangaben allerdings sofort. Bei einer 87-jährigen Frau aus Stade verhinderte eine aufmerksame Bankmitarbeiterin das Geld abheben. Das heißt, die Mitarbeiterin an dem Bankschalter hat sich eben gewundert, warum die ältere Dame so viel Geld von ihrem Konto abheben möchte. Klingt gemein, aber warum sollte man, wenn man 87 Jahre ist, quasi sein Konto leer räumen? Wofür denn noch? Man hat doch mit dem Alter in der Regel eigentlich alles und gerade wenn man dann eine große Menge Geld abhebt, ist das komisch. Natürlich kann das alles sein, dass man für die Familie oder man möchte das Erbe schon mal verteilen, damit es nachher keinen Streit gibt, irgendwas so in der Art, kann alles normal sein. Aber wenn man das Geld an jemanden Fremden gibt, da ist man schon dankbar dafür, dass auch Bankmitarbeiter da tatsächlich schon geschult sind und eben auch aufpassen, was ältere Leute an Bankschaltern machen. Problematisch wird das Ganze natürlich, wenn wir in dem Zeitalter angekommen sind, wo es gar keine Bankschalter mehr gibt und man keinen Menschenkontakt mehr hat. Das ist ja zum großen Teil heute schon normal. Man hebt halt sein Geld am Automaten ab. Tja, und wieso fallen denn nun so viele ältere Menschen auf diese Tricks einfach herein? Die Täter entwickeln eine sehr effiziente Täuschungsstrategie, um die Opfer eben zu überzeugen. Das kann sämtliche Geschichten haben. Und wie ich euch immer wieder sage, man kann nicht von sich selbst ausgehen. Es gibt Menschen, die werden im Alter, naja sagen wir mal, ein bisschen tuddelig. Nicht alle. Aber es gibt halt eben Menschen, die freuen sich über einen Anruf, haben einen Familienmitglied schon lange nicht mehr gehört. Und dann meldet er sich und möchte Geld. Natürlich möchte man da helfen. Das ist doch ganz klar. Aber das Problem ist, dass man eben auch mehr Fragen stellen sollte. Und gerade auch die älteren Menschen, die kommen gar nicht in dem Moment da drauf, dass sie hier betrogen werden könnten. Ja, weil, warum? Na, also, gerade die ältere Generation ist einfach höflich geboren, besitzt Anstand und, tja, legt nicht einfach auf am Telefon zum Beispiel. Und genau das kann den Leuten einfach zum Verhängnis werden. Ja, aber das ist noch nicht alles. Die Täter entwickeln tatsächlich richtige Täuschungskoreografien. Sie verfügen über eine Art Werkzeugkasten mit typischen Täuschungstaktiken. Ja, eben die Bausteine für den Betrug, um verschiedene Maschen zusammenzusetzen. Einen weiteren Grund, warum ältere Menschen eben darauf hereinfallen können, nennt hier das LKA Nordrhein-Westfalen. Viele Senioren fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden sicher, sodass sie vorhandenes und in Teilen schon verinnerlichtes Wissen außer Acht lassen. Das ist das vom Prinzip, was ich meine. Die Opfer, also die älteren Menschen, fühlen sich wohl, sind zu Hause und waren immer recht gut behütet. Warum sollte ausgerechnet mir so etwas passieren? Das denkt man sicher dann in diesem Fall und geht nicht unbedingt von dem Schlechten aus. Außerdem seien die Anrufer rhetorisch routiniert und anpassungsfähig, was bei den Opfern wegen der vermeintlichen Notsituationen Stress verursacht. Dazu kommt oft eine tief verankerte Hilfsbereitschaft, ausgeprägtes Sozialverhalten und Respekt gegenüber vorgeblichen Atmosphären oder vorgeblichen, wie soll man sagen, eben Personen oder auch gerade bei Amtspersonen. Gerade ältere Menschen haben sehr, sehr viel Respekt vor der Polizei oder eben vor einem Richter. Und da reicht es schon, am Telefon zu sagen, dass man sich eben mit Richter vorstellt oder mit irgendeinem Amt. Und ja, das macht Eindruck. Selbst wenn man jünger ist und jemand stellt sich mit irgendeinem Polizei- oder richterlichen oder höchstrichterlichen Amt vor. Ja, wie soll man da reagieren? Könnte man sich strafbar machen, wenn man da auflegt? Das könnten Gründe sein. Alles zusammen ist der Schlüssel zur systematischen, perfiden Ausbeutung von Senioren und Seniorinnen. Ja, und das geht tatsächlich schneller, als man denkt. Und ich habe es euch ja mittendrin versprochen, eine kleine Geschichte aus dem Familienkreis zu erzählen. Vor kurzem, das war schon, als dieser Kanal hier lief, haben wir meine Tante besucht. Genau genommen ist es eigentlich die Tante von meiner Oma. Ja, sie ist 95, wohnt ganz allein. Sie wohnt in dieser Wohnung schon 40 bis 50 Jahre. Und optisch ist hier auch die Zeit genauso stehen geblieben. Also die Fliesen noch locker aus den 80er Jahren. Man findet tatsächlich noch kleine Seifenbehältnisse in der Fliese integriert. Von der Farbe wollen wir mal nicht sprechen. Jede Tür besitzt einen Vorhang und jedes Fensterchen hat schöne Gardinchen. Die Möbel, die sind natürlich auch noch aus der früheren Zeit. Verdient hat sie ganz gut, denn sie war Krankenschwester. Und auch ihr Mann hat nie schlecht verdient. Ja, der Mann nicht mehr vorhanden, so wie das eben ist. Leider bleiben ja die Frauen meistens zuletzt übrig. Ja, und sie ist nur allein. Sie stellte schon seit einigen Wochen fest, dass, ja, eine komische Gruppe an Menschen vor ihrem Haus rumlungerte. Immer drei Personen. Eines Tages klingelte einer von diesen beiden bei ihr. Ein zweiter stand im Flur, der dritte war nicht zu sehen. Es ging eigentlich nur darum, dass sie eine Nummer aus einem Telefonbuch heraussuchen sollten. Ja, und wie es denn so ist, man ist hilfsbereit. Sie ist reingegangen in die Küche, wollte das Telefonbuch holen und dabei standen zwei Leute bereits schon in der Küchentür im Flur. Sie wunderte sich dabei, wo ist denn eigentlich die dritte Person? Fühlte sich die ganze Zeit auch schon belästigt, dass, ja, die beiden wild rumfuchtelten und eigentlich, ja, gut ablenkten, indem sie immer wieder auf das Telefonbuch zeigten und, ja, eine Nummer raussuchen wollten. In der Zeit, wo sie das Ganze über sich ergehen ließ und sie eigentlich in ihrer Wohnung gerade schon bedrängt wurde, tja, ihr könnt es euch vorstellen, die dritte Person ist durch die geöffnete Tür dann heimlich in die Wohnung gegangen und hat tatsächlich Schmuck in unfassbarem Wert geklaut. So, wie es eben früher üblich war. Früher hatten viele ältere Leute natürlich lauter Gold- und Silberschmuck und auch mit Diamanten, wenn man es sich denn leisten konnte. So, und so war es dann nun. Ihr ist aufgefallen, dass auf einmal etwas in ihrem Schlafzimmer polterte und dabei wurde sie natürlich unruhig. Im gleichen Moment verließen dann auf einmal alle drei das Haus, ähm, tja, der Typ ging auch durch den Flur dann schnell durch. Sie konnte dagegen nichts tun und das Problem war, als sie denn überhaupt erst realisierte, was hier geschah, tja, da gab es keinen Schmuck mehr. Das ist das Nächste. Man versteckt seinen Schmuck gern zu Hause an Stellen und Orten, wo jeder Verbrecher draufkommt. Ich wüsste nicht, wo ich überall suchen soll, aber vielleicht unterm Bett und irgendwo im Schrank, ist schon ganz klar. Aber es war eine gezielte Suche und es war tatsächlich auch jedes Schmuckstück verschwunden, außer das, was sie gerade eben getragen hat. Und so geht es eben ganz schnell. Man will nur mal kurz eben behilflich sein und man möchte kurz einfach nur im Telefonbuch irgendwas raussuchen oder eben nett sein. Ja, und dann wird die Wohnung leergeräumt. Obwohl sie schon ein schlechtes Gewissen hatte, wo sich die dritte Person befindet, weil die drei Leute waren eben immer zusammen, zu dritt, vor dem Haus. Naja, und dieses Mal fehlte jemand. Ja, aber der hatte sich nur im Hausflur versteckt und ist dann eben später in die Wohnung mit vorgedrungen, um alles leer zu räumen, währenddessen die anderen beiden die Tante einfach ablenkten. Aus diesem Grund passt auf euch auf und auch auf eure Familienangehörigen. Die Geschichte von mir liegt schon ein Weilchen zurück. Habe ich aber allerdings auch erst erfahren, wo ich diesen Kanal hier auch schon hatte. Das heißt, für mich ist diese Geschichte aus dem Privatbereich auch relativ neu. Nee, ist alles ziemlich weit weg. Da es eine entfernte Tante ist, die halt sehr, sehr weit weg wohnt und man sie nicht so oft sieht. Und es ist genau genommen auch die Tante von meiner Oma ist. Aber, tja, so ist das eben. Also es kann jeden betreffen und das kann, manchmal weiß man davon gar nicht. Aus diesem Grund eben teilt die Videos auch, erzählt allen von den Maschen, die es gibt. Es gibt ganz, ganz viele Maschen und vor allem sagt den älteren Leuten, die sollen immer die Tür absperren, wenn sie kurz nochmal reingehen und niemanden ins Haus lassen, wenn er keinen Termin hat und nicht für irgendeine Firma angemeldet ist. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man eben auch immer bei dieser Firma nochmal anrufen und den Typen eben so lange vor der Tür stehen lassen. Das sollte jeder dafür eben auch Respekt haben, dass er eben mal warten muss, auch wenn er ein angemeldeter Termin ist. Aber wenn man sich rückversichern möchte, ich finde das eigene Wohl, das steht auf jeden Fall über jeden Rauchmelder Termin oder Kaminetermin oder was es so auch immer noch gibt, Wasseruhrenableser, Stromableser, man muss auch da vorsichtig sein. Wobei das meiste heute alles technisch geregelt wird und eh keiner mehr in die Wohnung muss, aber man muss eben aufpassen, es geht schneller als man denkt. Ich hoffe, euch hat das Video heute wieder gefallen, wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.